Operatium Ninja-Jover! Was war so klein? Was machst du da? Film, danach sieht es denn aus. Ja, das sehe ich, aber doch nicht so viel nach morgen. Ich glaube, ich hätte jetzt über welcher Essensrest in Gesicht. Hast du doch sowieso öfters. Hast du mich jetzt beklagt bei denen, dass du so früh aufstellen musst, oder was? Bei wem? Für die, die du das willst. Für die Nachfolge? Nee. Noch nicht. Und zwei für den Scheiß. Endlich. Nieschen? Komm, hau ab. Tee. Erstmal in der Stange. Gott! Ich bin gestern fünf Stunden Auto gefahren. Held auf zu heulen, du bist ja überhaupt nicht gefahren. Ja, die 3 ist gefahren. Ja, das stimmt. Ich bin vielleicht bis auf ein paar Kilometer, wo er dann mal Assistenzsysteme ausgefallen wird. Wegen Schneeschauer, in dem ich mit Sammarinern unterwegs war, ja. Unverantwortlich, dieser Herr. Unverantwortlich. Also ich persönlich fahre ja immer auf Felge, weil dann hast du halt ein Problem von wegen Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter. Kannst du hier erscheinen? Das stimmt. Ja, das stimmt. Rutscht man manchmal ein bisschen in der Kurve, aber... Ja, die gucken mal so komisch, wenn die Funken frisch. Läuft schon. Da ist man aber auch wieder dankbar für so eine große Stadt, ne? Auf den Straßenbahnschienen läuft es umso besser mit den Dingern. Richtig, genau. Musst du manchmal ein bisschen hupen, wenn da so eine blöde Straßenbahnsrolle einhält, aber... Ja, stimmt. Ja. Oh Mann, Alter. Was ist das denn für eine Uhrzeit? Ja. 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 Leggo Mioi. Aber ich habe auch gedacht, das ist scheiße, das echt zu kriegen. Echt? Aber... Aber Wetter? Oder? Ja, ne. Deswegen habe ich es tatsächlich für heute bestellt. Die hat mich ausgedacht. Das war so eine richtige Berlinerin, ne? Ja. Von mir schnackt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, super. Ach, das ist die Sofa. Dann fragst du es gleich, wie ich habe und so weiter. Ich so, boah, boah. Ah, nee, passt bei mir nicht rein. Das ist eine dunkle Bude, was ich habe. Ich so, siehst du, in meinem Gegenteil. Ich habe eine total helle Bude, ich kann was dunkles reinstellen. Ja, danke. Und das wollte ich jetzt nicht hören. Und dann kam sich echt nicht darauf klar, dass ich das bestellt habe, weil heute für Dienstag Ja? Ich habe gesagt, es soll doch nicht regnen, wenn die damit ankommen. Nee. Kam sich nicht drauf klar. So ist das aber. Es ist auch kein Unterschied, ob man mit dem Wetterradar eine Wohnplatte plant oder eine Sofa-Anlieferung plant. Du bist auch nur am flirten, oder? Also wenn du jetzt am anderen Ende vielleicht so ingesass, die nebenberuflich Sex-Telefon macht, einfach die mega geile Stimme hat, wisst du, aber dann wahrscheinlich irgendwie so eine Ü50-Drohne ist. Paul ist unvergottet, kurze Haare, rote Haarsträhne. Kopf. Wo hast du das letzte Mal gesagt? Ach, bei meinem Kopf. Ja. Aber das ist wichtig, wie es ist. Ja, aber jetzt schüttelt der Dings. Guck, guck. Oh. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Y-Food. Die ausgewogenen Trinkmahlzeit. Ist das typisch in Berlin, dass man dann plötzlich hier von den Nachbarn zu Ostern so was hingestellt bekommt? Von den Nachbarn? Ja, alle von den Nachbarn. Hier. Frohe Ostern wünscht Familie Vinci. Frohe Ostern wünscht Familie Stabbel. Üblich in Berlin ist das auf die Fresse Christ, aber... Ich war total begeistert. Das stand vor eurer Tür oder in den Briefkasten war das alles hier. Das sieht eher so aus, als wenn die irgendwie Kinder haben. Nee. Weiß ich nicht. Also von den ganzen Jahren... Wenn man mit den Kindern irgendwie zusammen was gemacht hat. Ich hab mich total gefreut, dass wir so nach Hause kamen. Richtig gut. Ich hab ein Beifeld. Aber... Du wirst nicht aussehen? Vielleicht sollte ich so selten aber schimpfen. Pfff... 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 Ja... 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 Das hört mich echt so ein bisschen... Fand ich schön. Ja... Also einfach so als Geste fand ich das. Aber jetzt bist du Unterzugzwang. Wieso? Ich mach das in eine Schale, stellst du einfach hin und dann ist am Abend halb so viel. Nee, Unterzugzwang meine ich jetzt, jetzt musst du den ja auch irgendwie... Achso... Ich dachte, dass ich das essen muss und das gegen meinen Ernährungsplan verspricht. Ja, du kannst ja tracken. Das stimmt schon. Das war gut drauf. Ja... Kannst du. Ein 50 Gramm dunkle Alpen mit Schokolade haltbar mindestens bis... Boah... Blöbt. Mhm... Ja... Das stimmt. Ja... Ich... Ja... Ich... Ich trete den in den Hintern, wenn die heute erst um 1,2, weißt du was? Definitiv. Komm mir jetzt... Wollen sie über... Ich komme jetzt hier an und dann gehe ich mich hier erstmal hin. Mhm. Alter... Ich wollte nie aufstehen. Das ist nicht in meiner Zeit. Und schreiben sie dir, aber wir kommen heute ein bisschen später. Ja, das ist ja schön, ne? Wie sieht es arbeitstechnisch aus, wann hast du dein erstes Meeting? Wie sieht man denn in der Kantine hier? Heute ist Schnitzel-Dienstag? Schnippo-Dienstag! Das ist ein Topical immer, Alter. Schnitzel-Mettwoch. Ja? Ja... Und dann hat einmal... Dann kam einmal... Dann kam einmal dieser... Dann gab's ja natürlich diese fertig vorpanierten Schnitzel, die wir einfach in den Apfelbraten, ne? Mhm. Und dann kam die nicht vom Lieferanten. Ja, kein Problem. Komm, morgen. Okay. Naja, dann tauscht du die zwei Tage, ne? Mhm. Dann denkst du dir so... Machen wir heute halt einen Ragou und Morgenschnitzel. Pfff, mach schlecken. Fertig und geh ja tot um. Hauptsache dir was zu essen, oder? Hast du direkt noch ohne den Witt gemacht? Ja. Ohne Frage, Alter. Der Schnitzel-Mittwoch, da war immer extra voll in der Kantine. Dann sind sie alle gekommen. Ja. Weil das war dort so, du musst es nicht per se bezahlen, sondern du kennst ja ein bisschen von Daimler. Du hast halt deinen Gen-Mitarbeiter-Ausweis gescannt und hast halt dann bezahlt, wenn du gegessen hast. Ja. Und wo du sonst halt, keine Ahnung, ich sag mal 300 Essen hattest, das heißt jetzt an dem Tag 800 Essen. Ach du Scheiße. Ja. Und dann standen die alle da. Schnitzel, Schnitzel. Das ist so übertrieben gesagt. Weißt du so, du stehst da und was? Ich hab Gulasch. Gulasch, Gulasch und die dann so Ähhhhhhhhh. Schnitzel-Morgenschnitzel-Morgenschnitzel-Morgenschnitzel-Morgenschnitzel… Die haben sich tatsächlich ihren Dienstplan nach diesem scheiß Schnitzel-Tag Und ohne Scheiß, pass mal auf, wir mussten beim Betriebsrat antreten. Was fällt denn ein? Und ich sage, er sagt dann, ja, ich sollte hierher kommen. Ja, und er fängt dann an zu rumzulamentieren und ich sage, sag mal, warum denn ich bin hier? Ja, und er so, naja, wegen der Schnitzel und hm. Ich so, ernsthaft? Ich sage, ernsthaft? Ich sage, sag mal, seid ihr? Jo, jetzt haben wir hier 25 Minuten geredet, das reicht ja eigentlich schon fast wieder für so ein Friday Night Live. Ja. Ist ja unfassbar, wir können auch labern, oder? Ja, aber echt, wir setzen uns hin und labern. Ey, und letztens, dann machst du die Kamera an und alle vor der Kamera so. Und wir, wir reden hier über Chinesen und Osterhasenbetriebsräte. Chinesische Osterhasenbetriebsräte. Gibt's das? Bestimmt. Die verbessern ja alles. Ja. Der Akku ist fast weg, würde man sagen, mach mal hier langsam aus, oder? Tschüss. Und machst du die Zugehnung über die Feiertage? Stell dir doch mal gerade hin. Beim Profil. Also, vom Eigene. Ja, das ist doch mal extrem eingeatmet, mein Freund. Extrem eingeatmet. Wollte gerade sagen, ich bin der mit dem Bauch. Nimm dir nicht mein Alleinstimmungsmerkmal weg, ja? Und jetzt? Tja, fühlst du mich bei der Arbeit? Ach, das ist Arbeit. Schön. Du fühlst mich bei der Arbeit, wenn dich das glücklich macht, das wird doch keiner sehen. Niemand will arbeiten. Das ist Arbeit. Entschuldigung, ich sag von hier nicht so aus. Ich hab mal eine Frage. Ja, pass auf. Also, ich hab jetzt hier gerade was entdeckt und das wirft so einige Fragen auf. Du hast jetzt hier so eine Osterkiste, ne? Ja. Und jetzt hast du hier vier so eine Oreo-Eier drin. Jetzt hast du aber in dieser Halterung nur zwei Löffel gehabt. Ja, wer wird denn von einem Ei satt? Du willst mir nicht erzählen, dass du mehr als ein Ei isst. Komm, du trackst das Ding. Ich hab das Ding erzählt, damit du die weg inhalierst. Du trackst doch das Ding und isst halt eine Woche nichts. Du trinkst nur Wasser oder so. Aber das ist genauso wie bei McDonalds mit den Chicken Nuggets. Ja. Na, bei sechs Nuggets kriegst du eine Soße. Bei neun kriegst du zwei. Richtig. Und bei 20 kriegst du drei. Merkst du selber, ne? Das heißt, wenn ich zweimal neun kaufen würde, hätte ich sechs. Dann hättest du vier Soßen. Ah, vier. Dann hättest du 18 Stück und vier Soßen. Und so hab ich 20 und drei. Ja, zahlst aber natürlich auch mehr. Aber das ist so, hä? Ne, ich stehe jetzt mal im Unter. Warte auf lange. Okay. Das ist so, hä? Vielen Dank. mitten weil der sommer trommeln die danach oder macht die rauchzeichen oder haben die das büro wird nicht besetzt sein oder die dinge so stumm und sie löschen längst immer an sucht ihr mal ein anderes sofa raus es rüstet manchmal sehr schlechte kommunikation ja vor allem erreichst du kein also so gar nicht so nachdem na wo denn wo ist denn da wo hast du jetzt gerade angerufen du hast du gerade über diese zentrale hast du noch mal die andere nummer probiert den du mir geschickt hast da ist auf jeden Fall noch besetzt die du mir geschickt hast da würde ich da mal jetzt direkt immer weiter probieren so stock so stock so stock so stock Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für's Zuschauen! Effizienz erhöhen. Ja, zu, zu. Ja, danke. Das wären ja nur die richtig Gesprächspartner, so so ein Tourette-Kranken. Die haben nur eine 50-kündige Endlosschleife. Also, ich habe jetzt auch gerade die 1-4-6 gewählt. Ja, verstehe ich nicht, warum Sie bei mir rauskommen. Das ist komisch. Ja, also, wie sagt ihr... Ich bin wirklich die Lehrungsabteilung, deshalb wundert mich so, dass Sie bei mir rauskommen. Ja, das ist komisch. Also, ich hatte die 1-3-3 bekommen und die 1-4-6. Sie können es ja nochmal in 5 Minuten probieren. Und wenn, dann kommen Sie bei mir wieder raus und dann gehe ich auch ran. Genau. Ach, dann schwätzen wir nochmal. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Und, wo ist dein Sofa? In Mittenwalde. Bist du dir das sicher? Nein. Ich bin immer noch müde. Es ist inzwischen halb drei. Also, 14.30 Uhr. Ich bin immer noch müde. Wird heute auch noch mehr besser bei Ihnen. Ich will nach Hause. Holt mich hier raus. Ehrlich. Ich bin ein YouTube-Star. Holt mich hier raus. Ich bin ein Nano-Influencer. Ja. Nano-Pico. Holt mich hier raus. Ehrlich. Ich werde hier festgehalten. Hilfe. Ruf die Polizei. Ich mag nicht mehr. Die Schnauze voll. Oder vor allem, ich habe mich hier eingelassen. Es hieß, ja, kommst du vorbei? Kannst du kurz mal kurz helfen? Das Sofa hoch tragen. Jetzt sitze ich hier und werde angetatscht, wisst du? Seit Stunden geht das so. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, danke. Okay. Bitte, tschüss. Ciao. So, wann kommt jetzt dein Sofa? Haha, morgen. Ganz im Ernst. Aber 40 Kilo klingt jetzt nicht nach Sofa, Sessel und Ottomane, ne? Naja. Ich komme morgen wahrscheinlich, also soll ich morgen nochmal vorbeikommen? Dann komme ich aber nur vorbei, um den Fahrer zu beschimpfen. Schwört dir. Dann kannst du zum Schimpfen vorbeikommen. Weil ich meine, er wird ja auch was damit zu tun haben, dass das Ding wieder von der Tour... Warum nimmt man das um 10 wieder runter von der Tour? Ja, frag mich mal. Was stimmt bei denen denn? Kapier ich auch nicht. Haben irgendwelche... Hat er gemerkt, dass er das mit seinem Mittagessen bei McDrive nicht mehr hinbekommt, oder was? Ja, soviel zu Rabenlogistik. Deutschland, ein Servicewüste. Gut, ich fahre nach Hause. Tschüss. Du hättest jetzt gerne mal ein Sofa? Was mich gerne abrundert ist, ne? Dass der Urschi gesagt hat, 40 Kilo. Oh no, 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 oh no. So ein Hocker quasi für den Sessel. Wenn man auch gar ohne Früste drauf gehen kann. Ja, 40 Kilo ist ein bisschen wenig. Ich sehe dich schon eine E-Mail nach Österreich schreiben. Also entweder... Also, ich weiß noch nicht so richtig, ne? Also... Ich hab mir gedacht, okay, es kann ein Collie sein. Das ist durchaus möglich, ne? Dass die das zusammen... Ich hab's schon gesagt, vielleicht müssen wir das selber zusammenbauen. Was für ein Sofa echt untypisch wäre. Das wäre für ein Sofa echt untypisch, aber ich hab das auch schon mal gehabt, dass ich so ein Paket hatte bei einem Bekannten. Und da waren tatsächlich Sofa und Sessel, die waren dann so aufeinander gestülpt und dann wirklich eingewickelt, das ganze Ding. Aber 40 Kilo finde ich ja ein wenig. Ich auch, total. Aber ich kann das auch täuschen. Vielleicht ist das ja nur Watte, was du da bestellt hast. Weißt du, hast du mal geguckt, ist das aufblasbar? Nein, ist das nicht. Bist du dir da sicher? Ich würde noch mal nachgucken. Ja, man weiß ja nie, was du da so bestellt hast, ne? Aber dann wäre 40 Kilo wieder ein bisschen viel. Sessel, die Pumpe wäre mit dabei. Ein Verbraner. Ja. Oh Gott, ey. Das macht eh ein fälliges So hier rumhocken. So. Da. Chesterfield 2-Sitzer-Sofa in Vintage mit Leder-Lock-Premium. Chesterfield-Sessel in Vintage mit Leder-Lock-Premium. Hast du von dem Verkäufer nicht irgendwo eine Lieferangabe? Oder auf der Webseite eine Angabe mit Gewicht und Maße oder so? Es ist wie spät, Stefan? Hörst du auf. Das ist ein bisschen wie bei Mittag. Das ist ein bisschen wie bei Mittag. Oder sie machen nur Halbtagsarbeit. Oder der Fahrrad wieder abgeladen, das ist ja fein, deswegen geht es ja nicht ran. Ey, selber bin ich sauer, Stefan, aber ich muss irgendwann, ich habe irgendwann nochmal so weit wie ein Leben, also. Ja, ich weiß, das steht. Und das, ähm. Wer tut das nicht mehr? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie die hier blockt. Und das findet definitiv fernab von Raben-Logistik statt. Und das ist ja, wenn du mich anbremst. Und dasus nachbremst. Und das ist ja, wenn du die hier anbremst. Und das erst in der Rundstück, wenn du dich anbremst. Und das ist dran, wenn du dich anbremst. Und du sagst, ich muss eigentlich ein wenigstens nachbremst. Und da, wenn du die hier anbremst. Und was ich anbremst? Und ich will ja auch mal, ich will ja nicht anbremst. Und wie ich wenn du die hier vorbefällig? Und wenn du es jetzt auch nur ein ganzes Malnachst. Das heißt dann fangst du einfach mal, wenn du das anbremst. nach Hause, oder was? Oder was, oder wie, oder wann, oder wer? Das kann ich definitiv nicht, immer in der Nacht sein. Ja, vor allem ist es jetzt auch ungewiss. Ich meine, wenn sie schon extra anrufen und sagen, sie kommen zwischen 12 und 14 Uhr und jetzt kommen sie nicht zwischen 12 und 14 Uhr, dann wirst du nicht, naja, wenn sie sich schon an eine extra Zusage ihrer Seite, die haben sich von sich aus bei dir anrufen, wenn sie sich daran schon nicht halten, warum sollten sie sich dann vielleicht noch an die übrigen 15 Uhr halten oder sonst irgendetwas? Ich meine, wird nicht mehr als besetzt jetzt, oder was? Wir haben ja eine Nummer gesehen, die haben bestimmt ein Hörer daneben hier liegt. Mann, Alter, das ist ein Verein. Dann schreibt doch jetzt einfach mal direkt den Vienna-Typen an. Schreibt den einfach mal direkt an. und sagt, Grüße, Kumpel, gestern sollte er an meinen Sofa kommen, kam nicht. Nachdem ich über eine Stunde versucht habe, dort jemanden zu erreichen, hieß es dann, oh nee, sie haben es dann irgendwie doch abgeladen. Dann hieß es, es soll heute kommen. Habe heute sogar noch einen Anruf bekommen, dass es heute zwischen 12 und 14 Uhr kommen soll und sie kommen wieder nicht. Ey, Christa Brechreiz, jetzt, wirklich. Ist es direkt besetzt, oder was die Nummer? Naja, nur mal eine Hörer daneben hier liegt. Ich bin mal gespannt. Ja, wie ein Flitzebogen. Jetzt kam es doch noch. Ist die voll gerade gehen? Ich habe schon Schuhe an. Nehme ich das Ding hier mit? Nee. Ich weiß nicht, was das ist. Na, Stefan, wo ist dein Sofa? Ja, das ist alles. Was ist ein Puppenhaus bestellt, oder was? Tiny Furniture, oder was? Keine Ahnung, Mann, Alter. Wollte mich verarschen? Kannst du mir erst, wollte mich verarschen, Alter? Na, mach doch mal auf jetzt das Ding hier. Ja, ich weiß nicht. Also, sorry, ne? Also, hat sich gewahrheitet, was die gute Frau jetzt dann hier gesagt hat, dass ein Paket A 40 Kilo ist, ne? Genau, sie hatte absolut recht. Und es steht auch doof hier, eins von eins, ne? Also, das ist jetzt nichts vergessen worden, wenn die Leute. Genau, das ist jetzt nicht eins von eins, aber das ist eins von eins. Ich meine, eins von eins wäre hochgehe, aber das ist definitiv nicht Sofa, Sessel und Ottomane, ne? Genau, das ist alles. Ja, das siehst du jetzt, ne? Das ist wieder der Ottomane. Die Dichte ist jetzt der Fenster. Die Dichte ist jetzt der Fenster. Mensch, schicke Sofa. Man kann jetzt endlich dieser olle Stuhl weg hier. Jetzt kommt das Sofa. Ich mach mir so, dass der Tisch zu groß ist. Ja, komm mal her. Könnte aber als Zweisitzer gelten, oder? Und wo ist die Schlaffunktion? Der Tisch. Oder Frühdoshaltung. Ja, Spaß mit Vienna International Furniture. Und mit tatkräftiger Unterstützung von Rabenlogistics. Läuft bei uns. Ja, definitiv. So, ich muss jetzt wieder mal nach Hause. Ja, du weißt, keine Läge der muss noch. keine Läge der muss noch. Ja, ich muss jetzt noch mal. Ja. Also, ich muss jetzt so,